Das sollte jeder Abiturienten von 2019 hören, bevor er in sein Abi startet. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und dieses Video ist wirklich für jeden Abiturienten, der in 2019 rein startet und ihr müsst euch dieses Video unbedingt anschauen. Leitet an die WhatsApp-Gruppen aus eurer Klasse weiter, einfach damit jeder Bescheid weiß. Denn in der Oberstufe, wenn du immer näher an dein Abi zu gehst, ja und wenn dann wirklich auch Abi-Zeit ist, dann kriegst du von allen Seiten gesagt, was du zu tun haben sollst. Die Lehrer geben dir irgendwelche Tipps, deine Freunde geben dir irgendwelche Tipps, du selbst gibst dir irgendwelche Tipps, du schaust dir YouTube-Videos an, dann sagen die Lehrer was, die Eltern sagen was, die Großoma sagt was. Jeder sagt irgendwas und du denkst dir, was soll ich denn jetzt eigentlich überhaupt hören. Und genau dafür ist dieses Video da. Ich gebe dir jetzt genau die 5 Sachen mit, die du zu tun hast, um aus deinem Abi das Maximum zu machen. Das, was ich in diesem Video teilen werde, dafür zahlen Leute 4-stellige Summen, damit ich ihnen das coache. Deswegen bitte unbedingt aufpassen, das ist jetzt vollkommen kostenlos für euch einmalig und es wird auch nicht mega kompliziert sein. Es kostet nicht deswegen so viel Geld, weil es so kompliziert ist, sondern es kostet deswegen das Geld, weil es wirklich funktioniert. Weil es genau die Sachen sind, wie ich auch meine 1,0 in den Abiturprüfungen geschafft habe. Ich habe nur eine einzige Bitte, die ihr bitte auch als Gegenzug dafür macht und zwar unter diesem Video ist in der Beschreibung und als erster Kommentar eine Umfrage verlinkt. Die ist für eure Eltern, dauert weniger als 5 Minuten. Bitte, tut mir nur den Gefallen, gebt den euren Eltern, schickt den Link einfach an eure Eltern weiter. Ihm hat damit gar nichts zu tun, die sollen einfach nur kurz die Umfrage ausfüllen. Das würde uns nämlich super stark weiterhelfen und jetzt starten wir direkt in die 5 Tipps rein. Und zwar erstens, du musst lernen. Das ist ganz wichtig. Sollte vollkommen klar sein, aber es geht vor allem auch um die Norsen dabei. Dass du lernen musst, ist den meisten bewusst. Ja, aber ich möchte damit auch wirklich nochmal ausdrücken, dass wenn du nicht irgendwas machst, um dich vorzubereiten, kannst du dich auch nicht vorzubereiten. Also es geht hier wirklich um ganz fundamentale Sachen. Wenn du dich nicht an den Schreibtisch setzt, dann kann nichts passieren. Egal wie gut dein Lernen wäre oder egal wie gut du die Prüfung auch bearbeiten könntest, es kommt in folgenden noch. Wenn du nicht damit anfängst zu lernen, dann wirst du keine gute Note bekommen. Das ist einfach so. Weil du brauchst Vorbereitung, um irgendwas hinschreiben zu können. Gleichzeitig musst du aber auch dranbleiben. Es bringt dir nichts immer zu sagen, oh ich bin so motiviert, ich pushe mich mit irgendwelchen Songs oder was auch immer. Und das ist mir ein Schreibtisch. Wenn du nach 10, 15, 20 Minuten schon wieder dich nicht mehr konzentrieren kannst, dann wirst du im Abi nicht erfolgreich sein. Ganz einfach aus dem Grund, weil beim Abi hast du einfach eine ordentliche Stoffmenge und die braucht Zeit. Die braucht Zeit, bis sie hier oben angekommen ist. Deswegen unbedingt, unbedingt, unbedingt für dich herausfinden, wie du es schaffst, konstant zu lernen. Das ist die erste Sache, die du brauchst. Klar, wie man das in der Tiefe macht und individuell, das machen wir bei uns im Traumabitur-Coaching. Da kannst du auch gerne einfach unter diesem Video auf den Link gehen und dich dafür bewerben. Das heißt, in diesem Video kann ich jetzt nicht 100% in die Tiefe gehen, aber ich kann euch erklären, welche Schritte ihr beachten müsst. Wenn ihr es ohne unser Coaching macht, dann natürlich selbst herausfinden oder ihr versucht halt möglichst viel auch über die Videos hier herauszufinden. Aber im Coaching gehen wir da natürlich richtig, richtig tief rein. Das heißt, für wen das Interessantes, einfach auch im zweiten Link in der Beschreibung gehen. Dann der zweite Punkt, du musst strategisch sein. Du musst strategisch sein. Es reicht nicht, wenn du nur lernst. Weil ganz viele denken sich, oh, Abiturvorbereitung, ich muss einfach nur lernen, 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 lernen. Das ist eine Grundvoraussetzung, aber reicht alleine nicht, sondern du musst auch strategisch sein. Und zwar musst du strategisch sein hinsichtlich zweier Dinge. Erstens hinsichtlich deines Zeitmanagements und zweitens hinsichtlich deiner Lernstrategie. Weil du kannst aus einem Tag, jeder Tag hat 24 Stunden, jede Woche hat 168 Stunden. Die haben wir alle gleich. Nur wie du das Ganze verteilst, wann du deine Lernsessions einplanst und so weiter, kann einen riesigen Unterschied machen. Das heißt, die eine Person hat auf einmal 12 produktive Stunden und die andere Person nur 6. Einfach nur, weil sie nicht gleich viel eingeteilt hat, sondern einfach nur, weil sie nicht richtig verstanden hat, wie funktioniert zum Beispiel unser ganzer Biorhythmus, wie ticke ich selbst, was hat negative Konsequenzen auf meine Konzentration, wodurch kann ich mich besser konzentrieren. Das musst du verstehen, um beim Zeitmanagement wirklich eine Woche auch so einzuplanen, dass es für dich auch am besten aufgeht. Und auch bezüglich deiner Lernstrategie musst du es einfach schaffen, genau das für dich anzuwenden, was für dich persönlich funktioniert. Weil du kannst dich die ganze Zeit, den ganzen Tag am Schreibtisch verbringen, aber wenn du das auf eine Art und Weise machst, ja, zum Beispiel einfach über so ganz Klassisches, einfach immer wieder nur durchlesen. Es gibt die Theorie der Verarbeitungstiefe in der Psychologie. Es reicht nicht, wenn du Dinge nur durchliest. Dann nutzt du vielleicht 20 bis 10 Prozent deiner Kapazitäten deines Gehirns, sondern du brauchst wirklich eine Lernstrategie, wo wirklich dein ganzer Kopf drin hängt, wo du wirklich alles verarbeitest. Dann kannst du easy auch mal 5 bis 10 Mal so schnell lernen wie alle anderen und deswegen unbedingt auch strategisch sein. Drittens, händle deine Emotionen. Das ist so wichtig. Händle deine Emotionen. Die meisten Leute denken, es geht im Abitur nur um die Vorbereitung, weil niemand macht sich auch Gedanken über was anderes. Man denkt immer nur, ja, okay, ich muss viel lernen, viel lernen, vorbereiten, 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 vorbereiten. Aber ich sage es euch, ihr habt keine Ahnung, wie viele Schüler immer wieder zu bekommen und sagen, Leo, die Vorbereitung kann ich, ja, ich lerne viel und ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie, wie dann unmittelbar vor der Prüfung eigentlich alles weiß und alles ganz gut kann. Nur in der Prüfung, da scheitert es bei mir immer und darauf fokussiert sich jetzt dieser und auch der nächste Punkt. Und jetzt erstmal bei diesem Punkt, hab deine Emotionen unter Kontrolle. Wenn du es nicht schaffst, in der Prüfung vom mentalen Zustand an dem Punkt zu sein, dass du entspannt einfach deine Leistung abrufen kannst, dann kannst du so viel lernen, wie du willst. Es wird nicht funktionieren, weil du, weil zum Beispiel in der Prüfung zu starke Emotionen da sind, dann überschreibt es unsere Gedächtnisspuren. Das heißt, die Informationen sind hier oben abgelagert, aber du kannst nicht auf sie zugreifen, weil sie durch die Emotionen blockiert sind. Deswegen musst du sie unbedingt unter Kontrolle haben. Ansonsten wird es richtig, richtig traurig ausgehen, und zwar, dass du richtig viel Energie reingesteckt hast und im Endeffekt fast nichts rausbekommen hast. Der vierte Punkt ist dann auch, was ja eben auch auf die Prüfung bezieht, die Prüfungsbearbeitung. Wenn du nicht weißt, wie du die Prüfung richtig bearbeitest, dann wirst du niemals das aus der Prüfung rausholen können, was eigentlich wirklich möglich wäre. Das bedeutet, werd dir darüber klar, was gibt es für Anforderungsbereiche. Es gibt drei Anforderungsbereiche, kannst du auch im Internet nachlesen. Es gibt ganz klare Operatoren, auch dazu habe ich ein Video gemacht, das machen wir auch im Coaching ganz intensiv. Du musst dir darüber bewusst werden, was sind die Anforderungen, gerade in den Ambiturberufungen. Was sind die Anforderungen, was zählt da, was ist da wichtig, worauf musst du achten, was ist zu viel, was ist zu wenig hingeschrieben. Weil wenn du das nicht hast, dann kannst du auch so viel wissen, wie du willst, und wenn du deine Emotionen unter Kontrolle hast und die Informationen sogar abrufen kannst, ist es super, wenn du aber nicht genau weißt, was du mit diesen Informationen zu tun hast, und wie du aus diesem Wissen, was du hast, wirklich auch Punkte machst, dann wirst du es endlich einfach definitiv ein, zwei Minuten schlechter schreiben, als du eigentlich könntest. Deswegen unbedingt mit den Anforderungen auseinandersetzen. Wie gesagt, bei uns im Trauma-Video-Coaching hast du alles von dem, was ich anspreche, alles direkt in einem verpackt. Deswegen, wenn du direkt gleich die Komplettlösung geben willst, dann bewerb dich einfach da. Und der letzte und fünfte Punkt ist, freunde dich mit den Lehrern an. Es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Bei manchen von euch, glaube ich, korrigieren die Lehrer gar nicht mal das Abitur. Bei einigen von euch ist es verdeckt. Und bei vielen ist es aber auch so, dass die Lehrer halt die Abiturklausuren, wie jede andere Klausur auch, ja, ich sag mal, korrigiert. Und dann ist es einfach gerade im Abitur super wichtig, dass der Lehrer dir nicht deine Note vermasselt. Und das unterschätzen auch so viele. Die meisten beschäftigen sich erst mit der Thematik mit den Lehrern, wenn es zu spät ist. Und zwar dann, wenn sie das Gefühl haben, sie werden vom Lehrer an benachteiligt, der bewertet unfair und so weiter. Aber dann ist natürlich auch nicht mehr so viel zu retten. Sondern, was du viel eher machen sollst, ist, dass du von Anfang an ganz klug deine Beziehung zu den Lehrern pflegst. Bedeutet nicht, dass du schleimst. Bedeutet nicht, dass du dich für sie verstellst. Sondern einfach, dass du sie mit Respekt behandelst. Dass du nicht als Feinde, sondern als Freunde siehst. Und dass du dich einfach darum kümmerst, dass ihr euch gut versteht. Weil wenn du das hast, dann wirst du erstens vor allem auch wirklich die Note bekommen, die du verdient hast. Und vielleicht, und das muss man einfach so sagen, wie es ist, auch einfach ein, zwei Punkte mehr bekommen, als deine Note oder deine Leistung jetzt objektiv vielleicht wert gewesen wäre. Und gerade im Abitur, wenn das vierfach, fünffach gewertet wird, dann macht das unendlich viel aus. Dann macht das unendlich viel aus. Deswegen kümmere dich auch unbedingt um die Beziehung zu den Lehrern. Und dass diese fünf Möglichkeiten, die ich hier genannt habe, wirklich genau die Sachen auf den Fokus legen sollst. Wenn du die fünf Sachen hast, dann hast du alles versprochen. Es ist nicht einfach genau in der Tiefe und individuell für dich, das alles herauszufinden. Deswegen aus Coaching kann ich auch nicht ein generalisiertes Video darüber machen, weil es eben je nachdem, wer du bist, was du machst, was du erreichen willst, komplett unterschiedlich ist. Deswegen machen wir auch das Traumabitur-Coaching. Aber so hast du jetzt wirklich halt nach diesem Video genau den Fokus, worauf du dich konzentrieren kannst. Und jetzt nochmal der Hinweis an die Elternumfrage. Bitte, 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 bitte schickt diesen Link euren Eltern. Dauert nur kurz fünf Minuten. Wenn ich euch bisher irgendwie was weiterhelfen konnte, ein Video von euch was gefallen hat, ich euch in der Schule weitergehalten habe, dann bitte, bitte schickt diesen Link einfach an eure Eltern weiter. Dann könntet ihr mir nämlich auch ein ordentliches Stück weiterhelfen. Das wäre sehr, sehr cool von euch. Und ansonsten denkt dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo. Dein Leo.